Und Ampel. Machen, glaube ich. Das geht schon so. Vollfett in der Mitte, oder? Aggressiv. Aggressiv, sehr gut. Wo ist der Unterschied zwischen Minimal und Aggressiv? Das ist halt Minimal. Genau, das gleiche, oder? Da ist ein Rezeptiver drin, bitte. Was machst du denn? Monji, wo sind wir gerade? Im Proberaum. Ist doch dein Spruch, oder? Ja, was machst du denn? Wenn es interessant ist. Sieht komisch aus. Eigentlich ist es vollkommen uninteressant, Monji, weil es ist A. nichts zu essen und B. Moment. Finde den Fehler. Ich bin doch nicht rausgekommen. Wieso das geht? Das geht ja in 100 Jahren nicht, oder? Achso, Ovo und Une. Das heißt hier, Aggressiv Damping, Ovo und Une. Habe ich überhaupt genug? Ich habe sogar genug. Das sieht doch nicht aus, wie man das permanent da oben machen könnte. Und wieder weg, oder? Ich sehe schon die Klicks. 100.000 auf dem Video. Ich habe eine Falle, ja. B. So, was genau meint der Jan eigentlich mit B? Schickt uns eure Idee an www.palzrock.de ohne F. Und die witzigste Antwort, die gewinnt dann ein T-Shirt. Auf dem nächsten Konzert kriegt das dann am 06.07. in Landau auf der Local Hero Stage. Seid dabei, oder seid ein faule sei. Bis dann. Tschüss.